Und jetzt mit einem duzenden Applaus für den dritten der Weltmeisterschaft von Madrid, für den dritten der Weltmeisterschaft in Dresden, in Australien, in 100 Kilogramm Moskemaße, Andreas Mürzer. Alles mehr spitz. Alles mehr spitz, die Hände. Andreas Mürzer. Und jetzt mit einer Applaus uns Eleganz an Schreffen. Und der Säge ist die Mälde. Und der Säge ist die Zeit. Untertitelung. BR 2018 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 Das ist die Super-Land-Liebe. Alles Gäste in der Hände. So, in der Doppelhänge ist das Sie noch nicht Freilage. Wenn Sie hier in der Zunge kommen wollen, dann müssen Sie kräftig applausieren. So, in der Doppelhänge. Ja, im Moment. Seht Mole, es ist die저. Seht Mole mit deinem Kopfvä 72 1 % Wir werden diese Zunge, es erfuerzieren sie als ich in der Jahr W dem im Kopf und den in die Weise überнем� und durchgeführt. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wollen Sie noch eine Zugabe von unserem Doppel-Weidmeister? Zugabe? Ja, es gibt noch eine ganz, ganz enge Zugabe. Erstmal, glaube ich, schon der Ball erschöpft. Das ist etwas zu leser, diese Zugabe-Ruffe. Zugabe! Ball! Jetzt noch eine Zugabe von Pawe Jaroske! Er ist ein wirklich super, super, super Weltkasse-Anhalt. Er dreht für Sie auf. Er verkörpert Weltkasse vor die Bühne. Die Gassen singen, die Hände. So ganz gut, dass wir uns jetzt in der Kalle nage. Wir sind jetzt hier! Armin! 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 Wir haben auch die Bestes! Wir haben die Bestes! 19.7er Marktee! Wir haben die Bestes! 19.8er Marktee! Also, ich bin vor dem, hier live! Wir haben auch die Bestes! Und zwar noch Faber Janewski! Und wollen Sie vielleicht doch eine Zugabe von unseren beiden Anleiten zusammen? Mit André Erfurt hat mit Faber Janewski Sie haben die Wölkern auf der Spanien Sie haben sich schon sehr, sehr große Duelle geliefert bei den Weltmeisterschaften Faber Janewski hat immer wieder die Nase vorne gehabt Aber unser André Erfurtzt ist ihm auf den Fersen Und Pabell Dabonicki ist natürlich bereit. Er hat gesagt, ich mache diese Show mit. Mit Andreas Mützer zusammen hier ist auf den Brünen zu kommen. Und meine zusätzliche Zugehe. Applaus für Andreas Mützer. Zwei Minuten. Die braucht noch zwei Minuten Zeit. Applaus für Andreas Mützer. Fertig. Nach unten ist alles. Wir haben noch die Rede der Frau. Das war die Abilíbete. Der ist Kassi. Das war die Gründen hier ist Kassi. Der ist Kassi, in die Hand. Die Weltmeister, der Parallel-Raiskel, der Atelier der Weltmeisterschaft, André Jasminso. Ratschel, 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 Ratschel. ZUKAMEL! Sie werden pegarlich noch hinbekommen. Es gibt noch eine ZUKARwelt. Dank 먹을gestracht! Erbetrer der Weltmeisterschaft. Vatigenaut haben sie entschieden. Europre духов Australian. 1987, Weltmeister 1987, Weltmeister 1988 in Tjögeri und jetzt noch genau Ihr Interseller-Potokom. 200 Kilogramm losgemassen. 100 Kilogramm losgemassen. 100 Kilogramm losgemassen. Bei zwei Weltmeister-Athleten Manuel Jamoneski aus der Tschechosombequell André Jasminza aus Österreich Dankeschön den Weltmeister Susan Emburg von den Frauen Einen ganz, ganz kräftigen Abschlussapplaus Doppelweltmeister Pamela Jamoneski Doppelweltmeister Pamela Jamoneski Dritter der Weltmeisterschaft André Jasminza Dankeschön den Regener Reden